Saar alle Leute zu Guftur wohl hoffentlich der letzte Part okay wieso hoffentlich einmal ist etwas lebt und es nicht einfach sagen kurz dass wir das immer zum dritten Versuch hier machen und ja was habe ich was habe ich ihm überhaupt gesagt wo ihr wie es als erstes aufgenommen haben eine Ahnung ich gesagt aber das ist nicht mehr so lange wird das Spiel ist jetzt letzten Level und das wird es jetzt geschafft haben in der ersten Aufnahme und du bist ein Spaß die scheiße wenn das ist ein zweiter nimmt da waren von einem letzten Vater irgendwas gesagt was mit letzten Partiz er hier gekommen warum wir sind noch nie in Gang haben uns gefragt und jetzt bei der Halle meint kaum jeder da ruhig neid ähm zwei ist da was war da weil da meint euch sie einfach mal ein Spaß erlaubt hat uns gesagt hat nein ich nehme dich auf mein freund und ich bin ein nigger hat es sich genutzt gedacht ja so geht's geht's nicht mit ich will den nigger auch nicht mehr sehen der nervt mich grad nein oh oh what the fuck der hat uns geaunt geil ich bin tot komm ey was ist das für ne scheiße alter das ist ne rotze die gerotzt wurde ne gerotzt die scheiße heißt die und du bist ein ja dich kann man nicht umbringen boah ich will dich doch nur umbringen man das ist doch so eine dreck scheiße was kommt da alles wieso kann ich dich treffen und ich hab den auf seine Eier gezielt weil beim nächsten mal geben dann und wir gehen dann jetzt gleich in die Tür unten rein damit auch immer da wie sporen ja nichts besser so aber das ist immer noch ein Liger was machst du mit dessen jemanden ist und die nicht genommen weil wohl ist der Leiter heute stellt wohl den steller vorliegenden hoff ah 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 aus hier ich bin gestorben ja aber es ist egal so du zählst du nicht wirklich als tot und weil wir warum wir aufgenommen nicht mehr aufgenommen weil es zu uns der begeleckt hat das ist einfach nicht zu zuschauen geeignet war und ja was wollen wir da machen was will ich machen was will ich machen man du musst den auch nennen wir sind anlocken irgendwie lockt den an und ich gehe da durch ok boah lockt den einfach an oder geh du da durch aber geht der bringt ja nichts so geschafft ach die bananen mit nein nein du bist auch fast tot aber du musst dir dahin du musst dir dahin ich war's will faktist bitch schützt egal er hat ist der Schlüssel mit ihr übertragen guck doch was sollst du dann kann ich ja durch und du und da ist der maßverschlüssel gleich und das ist ein jemand jemand so ich finde es gar nicht so eine treppe können wir schon mal merken falls ja nichts mehr ist wir wissen ja wo alles ist ich habe ich halt lange das mal an dir kaputt damit es nicht im weg steht ich schlage es mal an dir kaputt gehen wir dorthin dann dann ist es ja weg und dann steht es uns nicht im weg so was schönes nenn den Schlüssel einfach wo ist er denn da ist er doch links ich war da einer da ist ganz seit einer das haben wir gar nicht gesehen lol ok und hier auf res links ist dann auch noch schon eine treppe gewesen wo denn weil wir müssen erstmal hier runter kommen irgendwo ach ja ich habe auch noch eine treppe irgendwo ach ja ah die sieht man ja so oh ne warte mal oh gott er ist erinnert ein bisschen mal an Mario 64 oder ja Mario 64 kam mir so so früh nach des ne der SNS ne kannst äh wo müssen wir überhaupt hin keine ahnung fragt mich echt nicht Alter was will der überhaupt von uns was will der wir kacken ich glaube wir müssen nach oben ja müssen wir auch glaube ich auch Alter geht doch mal andere Seite du musst auch mal laufen äh so du musst denn jetzt den nach oben drücken was wir da ist es ist das geht nach oben was ähm das wird das hier wie behindert es ist ja komm ja ja äh wirst du das machen klar wo verbaut ist das war das schrörende typieren beide nicht wenn du das verpassen willst sind bei dir jetzt auch zu Grafikfehler gekommen nein warte gehen wir da durch nicht seit dem ist oder den master schlüsse benutzen und ja ja das ist geil wir können jetzt den ganzen Weg nochmal hinlaufen glaube ich jetzt mal jetzt lang ja was ist das ich kenne den Weg nicht mehr wir müssen irgendwie wieder dahin ja hier sind wir glaube ich schon ein bisschen richtig hier waren wir auch vorher da waren wir irgendwo der master schlüsse vielleicht hier benutzen geht man gemacht stimmt könnte sein könnte irgendwo sein einfach da links es war auch irgendein gang ja war auch einer hätte man auch gehen können aber vielleicht ist es ja auch hier aber am Rand ist man immer so ja okay hier ist ja der schlüssel sieht man ja dann passt es ja wie geht kommt man da durch ja ja es geht mal die 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 ich glaube es geht jetzt sogar noch weiter etwas du hast ja schon eine kerze deswegen nehme ich das mit was sagst du denn so wichtig ist jetzt ist der echte kapitalo wieder da ein wahl kam plötzlich und spuckte ihn aus das hochschlapp das letzte stündlein hat jetzt geschlagen gemeiner hostabler ein betrüger und nein wir müssen jetzt noch eine ding finden die müssen wieder ganz dort hinlaufen größtieren müssen die dicker ob er ohne die römer die ohne adison zum baby einfach mehr was das der rotze die halten aber viele durch das noch nie dass er ab und teuren die man wieder daraus und es ist der ein bisschen eklass tot und ich schon tot ja dann muss machst du dennoch schnell fertig wir brauchen noch einen Haken und da ist dort wohl wissen das war nur bis dort in Lauf und es ist was ich am meisten an Gott weil es einfach so weit wie viel er durchhält so dann geht er raus so lalala wo sie die Skull ja bis sie nur schade dass es so ganz so leckt ja weil ich wissen geht ja wieder ich bin so langsam ne diese fette Goofy so so muss er lang hier entlang Jakob da was ich lieber hier oder so muss er machen links oder nach rechts ja und es ist nichts mehr aber war noch heißen Türen stimmt wir haben auch glaub ich es nicht gesehen oder ne das ist nicht er war auch schon mal hier ist noch was war mir schon mal da hier ja das ist der Anfang es ist der Anfang da waren wir doch schon die ganze Zeit geht das schnell raus boah jetzt stehe ich sogar noch öfter als du was ist mit mir los ich habe auch mehr schlägt seit dem ersten paar der ersten paar weiß ja wirklich alles gestorben weil ich habe auch kein item deswegen ja ich dachte ich denke ans hätte sich dieses dinge ab den schleuderhaken aber habe ich nicht das ist auch das problem bei mir denke mal was ich habe aber ich habe es nicht weil ich wollte gerade auch nennen aber egal so dem ist jetzt oh du hast mich fast umgebracht ich wäre fast runtergefallen oh du ja komm ich dachte da war der nieder da halt ohne Küsse die trinkige Kirsch hilft mir jetzt auch nie weiter so jetzt schmeiß ich ja eine auf dich du Penner ja oh ich wollte da wieder drauf ja wieso machst du nichts weil meine Fächer sind auch so schwach das ist ja noch Verschwendung weil wenn du es da trinkst ist das auch blöd endlich man so jetzt kommen wir da durch und ich kann endlich eine Glocke wenigstens mitnehmen dass wir wenigstens etwas haben so da ist auch eine Kirsche und da gehe ich schnell da wein das ist ja zufällig noch was ne da ist nichts mehr dann gehen wir mal hier wir brauchen wir brauchen nur neun hinterhaken ne oh ja und der Nummer der war dort bei diesem Mann da der mir mit der Glocke irgendwas machen muss okay denn du weißt was ich meine ich so ganz der mich so genervt hat und der fette ne da muss man gar nicht lang da ist nichts mehr oh ich bin fast wieder runtergefallen du bist schneller geht er durch ja das muss man zum Glück nicht mehr machen ah hier ist einer hier oben nee hier ist auch einer soll ich den nehmen oder du ne mich und du nimmst schön die Kerze mit okay oh ich muss mir das schon wieder machen nein runtergefallen das sind die Kerze das sind die Kerze dann sporen wir erstmal hier geh da runter boah warte wie denn denn werft bringt dich lieber um zur sicherheit und dann geh ich schnell runter damit du wenigstens zwei lehmachst what the fuck du fällst dann nicht runter boah das leckt so sehr deswegen sterbe ich auch so oft ich bin fast untergefallen ne ich geh nicht da unten weil wir jetzt schon hier sind okay wenn es nicht lecker dann komme ich locker rein so das ist kein ding geil so das ist ja die Kerze hier zum Glück ja und ich nehme das hier mit und da ist auch gleich nee wir sollten da nicht dran und dann doch da muss man doch hin oder nee stimmt nicht da gab es noch irgendeinen anderen Weg da da und vielleicht unten oder so da war der Schlüssel der Master Schlüssel jetzt muss man irgendwo anders hin hä auch auf Felsen seine Grunde das Leben in den Runden hin alter nach da ist unter Felsen der Geräte aber wo war der Schlüssel ich bin rein 9 vor vor nachher du Wichser um ich glaube müssen wieder dorthin lang es hat schon gepasst weil da war irgendwo diese Master Schlüssel oder nicht oder nicht damit haben wir doch irgendwas mit dem Master Schlüssel gemacht oder nicht hä wir sind ja voll gut jetzt ist mehr äh wir kommen jetzt nach oben so äh ich habe keine Ahnung Alter was du machst so geh da rein geh einfach durch mit zwei Player ist es viel besser wir müssen glaube ich nach rechts so einfach nach rechts und dabei der Master Schlüssel müssen in den Timo in den Werfen und da sind Diamante ist perfekt für mich sah bloß der Boss wird heftig ich glaube ich mal zählte wird er was ein verletzt sein falls kein 100 Prozent extra Level gibt oder sowas mehr gibt es nicht wo für man die 100 Prozent zu haben muss okay 100 Prozent was wo man da machen Karamante sammeln etwas bringen und das Game Over Ding noch mal einfach so schon da ja wir sind genau richtig so da benutzt man den Enterhaken über richtigen Aufgaben so Wäsche leben was ist überhaupt ah das kriegt man sogar außer am zweites Mal okay oh das ist ein Scheißrätsel das sieht aus wie ein Scheißrätsel aber ich hab's ja heraus nicht gefunden so warte mal ich hab's nein ja jetzt hab's herausgefunden eins hab ich herausgefunden so erstmal so dann den runter und schubst den mal da links hin so dann nach oben ach so ja und dann irgendwas mit diesem Nigga hier ah ich sehe es schon ich sehe es schon nein es verfallt nochmal raus nein es hat richtig guck jetzt hin das ist richtig ne doch nicht ne es ist nicht so ich weiß ja wie das geht mach doch mal das von eben hm das lenke das weiß ich sicher das geht so und so so und jetzt warte nochmal das andere weiß es nämlich müssen beide hier und jetzt war falsch warte äh das sieht an was anders aus ist ja hab's eben gerade gab's muss nur kurz gucken mach erstmal das linke nachbar zu sondern mach ähm ähm was würdest du denn ich wollte das hier schieben man betrüger betrüger ach mach mach so jetzt warte kurz kann nie schaden es ging wie ging das denn ach jetzt weiß es wieder ich war erst erst das hier ach so das geht gar nicht ich wollte es nämlich jetzt so machen das hier hinschieben und nach oben schieben weil er kann es ja einfach hier und dann nach oben aber das geht so nett weil man kann das ja nicht von der ecke wegschieben man hätte es geklappt aber so klappt es nicht fuck you boah das ist hart ich habe ne idee so dann hat's mit denen was mhm damit erstmal das ist erstmal richtig dass es hier erstmal ist ist irgendwas eine gute sache sonntag kann man den nehmen mitnehmen so was hat das jetzt für ein vorteil dass er hier ist gar keinen wenn du nach oben schiebst kannst du ihn so äh ne sprengt nix ähm doch keine ahnung ich mach jetzt irgendeinen scheiß geh mal weg so keine ahnung das rätsel versteht das ganz so mal gucken ich auch nicht komm immer wieder hoch steh das denn jetzt oh warte jetzt habe ich eine kleinere idee aber die geht dann nicht das ist auch wieder mies wobei könnte es so gehen ich habe eine schlaue idee ich habe eine so schlaue idee ich habe so eine schlaue idee grad du weißt was ich meine so machen wir das nicht gleich so wenn du weißt was ich meine so 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 und falsch keine ahnung ich habe eine idee die 20 so wie du es am anfang gemacht hast mit links kann man es ja auch moment du wolltest es jetzt machen ich wollte das das untere muss man das so machen und dann kann man das obere eigentlich auch dorthin schieben ne ne warte mal ich wollte das jetzt ne ne warte mal ich wollte das jetzt äh äh what the fuck wie ging das nochmal was wolltest du machen mein micro ist kurz ausgegangen ich eben grad war mir noch was eingefallen aber das geht doch irgendwie das geht mein joystick schon wieder nicht mehr what the fuck boah das ist ein scheiß spiel man also nicht das scheiß spiel sondern ein scheiß ding alter ein scheiß simulator das ist für ein rotze das ist in der rotze mit rotzen gekrotzen ist ein rotzen gefurzel das geht nicht der joystick geht nicht was will der oh boah kurzer kart wegen diesem scheiß joystick spuck auf dich bis gleich so willkommen zurück und ja wir hängen immer noch an diesem rätsel was heißt sie immer noch wir waren ja nie weg davon ja so mal schauen wie das jetzt so geht mein joystick ist ja einfach rausgegangen dieser streckige joystick und was wollen wir hier machen wollen wir das jetzt ich habe die idee des jahrhunderts ich bin so schlau jetzt kann man das beides so machen das ist so schlau ja es ist so dreckscheiße wobei es geht nicht mehr egal was du sagst ich bleibe zusammen du bist nur ein spaß nein es geht nicht mehr ich bin doch nur ein panda bär jetzt ist der größte scheißaufen ja ich habe schon schritt ich habe ich eine kleine rede okay tu wir die weg so machen wir alles das ist ja die idee ist auch schlecht die idee ist jetzt tot schlecht wobei die sind immer noch schlecht das verschwendet irgendwie zu viel ist eine das stimmt um noch irgendwas Gutes zu machen wobei das könnte irgendwas damit zu tun haben wobei so das ist erstmal richtig sagen wir mal das ist auch richtig das ist ja nicht ja warte mal warte mal warte mal okay ne da kann man gar nichts damit machen obwohl es könnte irgendwas mit dem Ruder zu tun haben das gute was damit zu tun so 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 ich verkacke hier immer immer hatten wir das schon gemacht dass wir so runter waren wir schon lange echt warte ich hab den perfekten ne ist ne scheiße ne scheiße ne scheiße das wäre so gut wenn die beiden da oben wäre aber das ist halt ein Problem der scheiß Problem wenn der hier nicht am Rand wäre wäre es auch ja wer es so leicht eigentlich ist könnte uns doch oben machen das da oben und dann und das alles wieder ne ne kleine scheiß Idee die nicht gehen sollte aber vielleicht doch geht's ha 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 weiß nie warte mal das ist ne dumme Idee aber der richtig kluge Idee ich hab's ich hab's so ich hab's macht das so 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 und dann das geht nicht nein was hast du denn jetzt gedacht und zwar so dann so nach oben und dann hier nach unten hinten schubsen ja das geht leider nicht wegen dem Rand fucking Rand geh weg geh weg geh die Mauer muss weg von hier mit dem Teil kann man auch gar nichts machen mit dem scheiß Stein das ist ein Drecksding das ist einfach nur ein Drecksding das ist einfach angespuckt wurde in der Schule ne wobei das könnte man eigentlich zum Nutzen gebrauchen für niggers ok das ist schon mal so ein sicherer Ding mach das mal was denn das hier nach oben oder ok ne der bringt uns überhaupt nichts hier wobei wo war das Stein ja eigentlich am Anfang war der hier oder war der da warte mal ne der bringt uns ja gar nichts das ist ein nigger Stein ein im 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 Heil jeden links tun sondern hier nach rechts dann irgendwas damit machen und ist dann denkbar was war es so bringt dass ich jetzt mein doch etwas ich glaube dass es springt was wird zu stellen muss man auch noch machen ich glaube das letzte hätte man nicht gebraucht und der netten ist geschafft irgendwas müssen wir noch vertauschen wir haben erstmal den richtigen ansatz also ich so und zwar so dann irgendwas so gemacht haben was ist es noch abzeit also als haben wir noch drei steine über die meisten bringen muss glaube ich gar nicht jetzt könnte ich mir etwas nicht vorstellen ich kann höchstens vier gewinnspielen das sind rechts steine einfach vielleicht nicht nur einen sogar ohne also kaputt machen und ich würde auch nicht mehr bringen weil das denn ist besonders im weg oder das könnte aber trotzdem was bringt wir machen wir das was weg kann man ja eh nur was aber es war es aber es muss sich ja so ich glaube das ist viel besser so das ist viel besser so hier direkt da bitte vier gewinnspielen wir hätten es geschafft warte ich habe eine kluge idee ok eine geile idee die braucht man sicher dass sie muss hierhin alle mal vielleicht spielt das ja was schon mit ihnen nehmat war das war falsch war falsch warte und zwar muss man das hier da bringen das hier auf jeden fall hier hin wenn du weißt dass ich jetzt schon mal sehe nein das hier auch hier hin dann das so wobei diese scheiß wand da nicht alter es ist ja das irgendwie nett ich sollte auch nicht nur sein es könnte auch anders gemeint sein sondern dass man es so machen muss aber ich weiß nicht was es bringen soll wobei es könnte auch so was sein schaust du mal an es könnte was ganz krankes sein und zwar müssen wir jetzt irgendwie so machen ja ich glaube dass wir es mal so machen ja dann haben wir das schon mal so das klingt ja auch gleich ok das geht trotzdem nicht ganz oder doch müsste es warte warte wohin soll der hier einfach weg ok so der hier so wie man es gewohnt ist von denen so wie man es gewohnt ist von denen es hat irgendwas damit zu tun hat mal ich kapiere das Rätsel immer noch nicht so richtig das wird eine schwierige Scheiße das war dumm dann kann man ja wieder hoch denn es schon mal hier ist sicher da hoch machen wir das hier dort rechts aber mit dem ganz am Rand steht also den der jetzt ganz restlich mit dem kann man ja auch nicht viel machen er bringt englischen scheißdreck oder glaubt das auch so warte ich habe so eine kluge idee das wird alle helfen alle helfen alle helfen alle so jetzt habe ich eine schlaueste idee der welt das war so wenn du weißt was ich jetzt mein der hilft auch den ihr ah das ist ja das blöde dass er gar nicht nach oben kann ja eben das ist eine Dreckscheiße wenn man den auch nach oben machen könnte wäre es doch kein werfes dann ist auch so leicht der bringt gar nichts dieser dreckige Bastard ja du bist ein dreckiger Bastard das ich habe alle Stärker ist das Kackstein also das ist eine Rotze soll das gehen wir müssen das irgendwie ausnutzen alles was soll man da mit dem anfangen mit dem muss man da irgendwie was gutes anfangen aber der bringt den scheißdreck wenn alle nur nach da oder nach da kann den muss man ja irgendwie benutzen können warte tu mal den weg den hier unten oder oben nein geh weg ähm ähm wir haben immer noch keine Ahnung aber wie soll es gehen wenn es so weiter geht müssen wir mit dem Incent nachgucken ne keine Lust so ich lege es alle löse es selber vielleicht keiner noch bekommen können wir noch so gleich stunden dazu machen so leistet so leistet das ist nicht mal so dumm was ich jetzt gerade gemacht habe ich war ja irgendwie gut wenn man irgendein Stein zweimal benutzen könnte irgendwie die wenn er erstmal von einem benutzen danach von den anderen das wäre auch eine gute Idee aber mit wem soll das gehen die meisten wenn man sie einmal benutzt hat sind sie schon im Arsch und kann nicht mal mitmachen na das ist eine rotz rätsel das ist ein rotz rätsel du musst irgendwie schaffen können dass das die Hälften aber ein hier sind und nicht am Rand wie kriegt man den überhaupt hier weg das wäre ja geil wenn man die einfach anhalten könnte wenn man sie wenn man sich davor stellt aber die gehen dann sofort kaputt man darf für beide Schalter nur ein Stein benutzen oder oder auch 2,5 ja entgegen wir uns für beide Zeile für einen 2 und für einen 3 soll das gehen ey das Teil ist auch scheiße hier ist der Kackteil hier das ist blöde Rad das ist das ist ein rotzrad der rotzrad der rotzrad kriegt den rotzlöffel von mir warte mal geh mal hektar hatten wir das schon mal ja hatten wir schon als erstes kommen wir nicht mit dem irgendwie noch was anfangen was gut ist oh wobei wobei wir können vielleicht was mit dem echt anfangen aber dann müsste es dann so fest sein und nicht links ne weil links ist ja das sollte schon das Ringen bringen würde es dann keine Sinn mehr geben warte mal warte mal ich habe so eine Schlau... ne es geht gar nicht ich würde es so machen dann irgendwas hier bringen und dann geht es ja gar nicht mehr das ist ein rotzding kann man gar nicht zu seinem Vorteil benutzen ich habe es jetzt wir haben es geht da runter wir haben es oh mein gott wie asozial ist das fuck you egal wir haben es irgendwie auf keine alter wie krank ein im Moment war um das hier müssen wir der Körner gar nicht rein es bringt uns gar nichts doch da kann man rein was bringt es so sie können sommer dadurch wollen wir uns verarschen er muss auch wir müssen da musste und die für uns auf fangen stimmt es müssen wir echt ja du spart 1 du nigger ach so ist schon gekommen du brauchst du weg du weißt ja noch du kannst nicht mehr dazu passen ja wie töten wir den boh mach was du nigger oh ist das ein trottel einfach ich warte hier mehr besparten boh ich bin fast tot bring da war ich doch mal den ding mehr ein enttack und dann sollte ich eigentlich auch eine holen eigentlich ja aber kannst du auch gleich den ding holen halte vorbei du kannst du mir einen mitnehmen hol dir einen mit ja und jetzt geh einfach raus guck noch mal hier was irgendwas geiles drin ist ja du bist der dich umbringt der hat sich sogar fast eingeschlossen das ist schon ja auch erst aber nein zum glück nicht also springen wozu sind es soll ich sein hier ist auch noch was ja kleister was ich weiß nicht wie sie kommen raus ja stimmt ja ich kann ja raus wir sind gar nicht gesehen ist ja was ist lol wir sind dieses gegenseitig ohne jawoll jawoll das ist eine coole idee so schmeißt immer ab ins gesicht ich kann nicht schief mehr fahren beide weg und wir können dadurch ob der boss der steht oder ob wir noch zwei diamanten da waren wir boah ich hab den so krass in der Erinnerung dessen Hurensohn ok also stay stay oder nicht als was willst was hat er gesagt der Nigger als was will irgend sowas das ist ein Nigger weil das ist am Anfang nicht so schwer aber das ist so ein Nigger what the fuck ich wusste dass er das jetzt macht ich auch nicht so wir brauchen erstmal der Mann dass wenn man keine mehr haben dann machen mit der Stücke denn genug machen wir einfach deine Scheißbombe den Lingen Boah ja jetzt kommt noch solche als ob es nicht schon aus und zwar genug wäre weg mit euch im Liger Alter ja wir haben ja noch zwei von diesen Diamanten also wenn die leer sind machen mit der steht oder hä? na komm weiter boah das ist ein Rotzgegner das ist ein Rotzgegner wenn wir keinen mehr haben wenn wir keinen mehr haben selbst steht ne ja du machst den ja willst du als was willst du reinkarniert boah ist das ein Rotzlöffel man doch warum denn hab schon draufgefangen ich hab jetzt auch nicht warum das ist einfach so macht Tepa Tepa als er zu geworfen waren die sind zugleich tot eh das ist noch ein Leben das ist ein Rotzlöffel das ist ein Scheißdinger verfickter Hohenzum vom Bossalter ja gar da kommen es nur in so macht es sich der Alter ja hier du auch geht du machst auch und selbst steht für die Not hatte der macht es nicht okay jetzt ich habe jetzt gemacht geht weiter gilt die 0 1 auch oder kannst dich auch nicht bewegen nee also das ist nicht wenn ich mit dir fertig bin geht doch alter ich hab's endlich mal vorgelesen soll dein Gesicht tun oh ja alter hat du zieht schade das nicht so den schießen können so um schräg das ist wirklich kacke boah ich wollte es doch grad werfen warum schmacht er das nicht was war die Kinder das ist ein Scheißbosses und das scheint schon dem Oberweil ist als Einfachheit und das ist ein Hohenzummen das ist ein Hohenzummen so haben auch gesetzt fiktig das ist das längste Level der Welt ist da mache ich doch nicht so was und steht das Lärmste Level der Welt nein ich werde ich nicht mehr sehen das ist mir zu lang ich komme aus dem Menü jeder hatte denn geht doch so alter jetzt sollte man ihn hoffentlich besiegen immer hätten lieber ein Selfies machen sollen als als wir noch zwei Diamanten hätten weil dann weiß nicht so nervig dass wir als ein Selfies mal haben wir jetzt so gemacht können wir nichts machen boah ich will hier soll ich hier einen machen sorry was ist los ich hatte es versehen ist abgeworfen bei den Kerl abknallen du alter what the fuck alter bring dich mal kurz um ich werde ich Screenshot machen ok machen bring dich nochmal um so Screenshot gemacht ja aber du bist drauf ok ist egal ne bist du nicht ok aber da ist irgendein Sound CR enabled auch was da nicht drauf sollte wie bitte diese blöden warum ist ein Sound CH drauf k warte ich mal ne kurz Pause ich hab keine Ahnung was da warum dein Sound jetzt ist ein CR da enable drauf ist wahrscheinlich weil beim Emulator kann man mit irgendeiner Tasse Sound CH Dings da machen was denn das heißt so für ein Screenshot die gleiche Knopf oder so ich mach einen Knopf anders für Screenshot und zwar 5 F1 wobei 5 da wird wohl nichts geändert worden sein Open State Städter um aus dem Spiel kann es tut über so soll ich raus bist du doch weil was soll das Ziel kommt schon auf die linke Tour weiter D 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 B D 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 das auf deine Mutter werden während sie duscht aber auch erst der Aumann ist auch erst fertig mit der Kacke und wenn wenn die Bombe schon längst blinkt weil schon fast jetzt Stiebten Röpfen für die Stoffe und weil ich bin der Euro war doch ein Laden weiter da alleine schafft man den nicht wir leben mit einem Leben schutz probieren hat die scheiß kerle nerven auch so er ist klar ich gleich ja auch nicht unmöglich hier die zu töten aber ich hatte den perfekten screenshot alles werden auch so obwohl bin es eigentlich blöd kann sie mit töten warum jetzt das ist eine rotze das ist eine rotze die rotze von meiner Kostürze Tending Status das ist doch eine rotze Mann es ist einfach eine rotze die sind der rotz der rotz der rotz der dort zu die gerotzt wurde die gerotzung gespuckt wurde was ist jetzt los ja egal es ist nichts los hier in Hartz IV Land als was willst du ja als die Fressur ist was oh ich wäre schon wieder geohnt worden von diesem Nigga hä denn sollte die Bombe nehmen nein zum Glück ist sie das explodiert oh ich kann die auch benutzen oh ich hätte die Fassung gebracht das schlauers genutzt wird in einem Bombe geschubst Tocchio ich glaube ich habe nicht getroffen oder ich will dich umbringen jawohl er hat er kann ja auch die die äh gegen das kann ja auch was mit denen machen kann man das zweite machen was geht es vielleicht die anderen können ja auch durch die Mini-Dinger gibt es das war einer muss ich wusste fiktig und nicht ermöglicht und ja klar das ist eine rotzelle das ist eine rotzellige rotzmutter warum nimmt er auch nicht die kackbombe jawohl der zieht er hat seine eigene kamera ich war das knapp schon beinahe draufgegangen ich auch ich nicht aber es ist auch droht wenn wir sie auch gestorben wenn ich so tot so genau ist auch eine aufgeschossen du bist ein Leben der beste Versuch oder und sein und mehr Elter geht nicht zu kommen und er hat das verbessert und da ist es dann wieder so zwei Nieders und sie sind einfach nur weg dass ein Neffensägen zu wissen nicht so schnell du bist viel schneller ein deswegen ist es wichtig das tut noch was macht und dich töd ich mal du benutzt dich mal um dich zu töten Alter und warum stück denn jetzt heißt ja ich wollte ich hab dich grad abgeworfen ich hab die Bombe so geschmissen ach komm leck mich alter du scheißspiel du Schummler du Betrüger ich bin es auch noch mal wir haben fast geschafft glaube ich hätten wir nicht hätten wir nicht was er hat er hat er gar nicht nur zu viel Leben noch die Hälfte dann für die Lüder Welt als viel Leben habe ich Erinnerung da war so krank denn habe ich und es ist nie geschafft zwar doch ich hab ihn geschafft aber ganz knapp okay aber allein soll man die fris halten was ist das für eine bombe ja oh ja ich wollte zwei stücke werfen auf ihn ist die bombe verpackt oder so warum bei mir war der Fall war die zwölfte weiß und da kam ein komischer Sound ich weiß es kommt manchmal das ist nun mal bei Essen nicht so dass es viele Bugs hatte die Spiele ich denke er das Emulator Problem glaube ich auch bei SNS kann schon ein paar mal vorkommen kommt ja auch bei heutigen Spielen noch wachs vor aber auch nicht so große okay welche so auffällig sind so dich schmeiß ich auch ab aber wenigstens wenigstens dem Weg geschmissen wir haben noch beide zwei Leben Alters im Grunde auch die Welt zu in Ruhr oh ja erklärten bis tot Barmherr bin ins Gesicht du brauchst was kann er was hat aber den Teufel das ist meinst du nicht bezüglich von gewaltigen Huren so die Flüge erhältlich auch viele Bär die Kürze Bede Bär bleibt wird das ganze Lager kann ich was an der Ersatz war gemacht ja das macht er nur weil er war das auf dem Leben abgezockt bekommen hat und sie sollen auch weg machen ich bin jetzt immerhin ist doch ganz gut irgendwie wenn eine zu leben und nicht gut auch knapp weil sie die gehen alle auf mich man muss sollen die scheiß aber du kannst ja wenigstens den zum wenigstens einer Tod den kann ich jetzt auch noch jahre schmutzig durch mich nicht in der Kälte auch tot zum Glück nicht wieder eine Pädoyer Tag und sie sind auch ins Gesicht jawohl ab und zwei Orts haben ihn noch gegeben das nur ein Leben ich habe zwei zankt was dein Leben geopfert um mich zu retten die erste Störte was schön hüpfte einfach auf mir Schnauze weil ich glaube es macht eine neue Moves Sets aber jetzt drauf ne macht aber gar nichts denn immer noch diese Pussy Taktik die Leder und seine Preise zwei Prozent die Sitzung Pasta los jetzt kommt zwei Fetzlöcke noch zwei Fetzlöcke stärker sind die Pasta los Bord aber das ist ein eigener Freund umgebracht seine eigene Köln Klo wie man den so nennt der Papier der Papier der Bär Ohr und es leckte ein du wohnen sohn der Pio Bär nochmals was über die Teilen Lagen Open State so ist schickst die Seite so ein dreckiger Pisser den will nicht die so gerne in den Ausstieg er hat es ist klar dass er nicht so da als er auf die nicht so weil immer die fröhliche Musik mit der Brotten die Kinder haben voll fröhlich als es ist es für die Welt wird auch so fröhlich wenn du musst die Stadt warum ich hatte die Stadt drücken warum nicht fack wenn man das gemacht war nochmals laden ich glaube ich muss es drücken du kannst es nicht drücken ich bin schweiß es nicht drücken ich darf nicht sonst der Wälder als er der neue fröhliche Musiker die Gäste kommt es lebt der verdammte Scheiße echt wenn ich laber kannst du was machen das legt so scheiße derbe alter was zum teufel man ich kann gar nichts machen was ist das für eine scheiße mein joystick ist auch raus WTF WTF